Musik So, Frühstück beendet. Schauen wir mal. Dex geht's gut. Dex! Uh! Guck, guck! Oh, 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 oh! Aufstehen! Wow! Netter! Guter Hund! Gehen gleich Sträßchen, ne? So, was machst du? Du malst? In dein Buch? Schau mal! Wow! Toll! Geologen wissen, dass diese Küstenhügel einst auch Vulkane waren. Das ist Wahnsinn. Ja, zeig mal ein bisschen von deinem Buch. Nicht so schnell. Wow! Candle Jenner. Sehr schön. Sehr schön. Wow! Nicht so schnell. Das ist ja eins meiner Lieblings. Das finde ich so toll. Wow! Und diese Eifel. Und zeig mal deinen Titel von deinem Buch. Das ist ja für mich der Oberknaller. Und schuf die Vulkane an der Küste. Das ist Wahnsinn. Als hätte der Originalkünstler es gemalt. Hm? Also malst du als nächstes Tutenköpfe. Ja. Also den hier. Mhm. Ja. Ja. Das ist nix. Also das noch. Cool. Das sind die eigenen Bilder, die ich gemacht habe. Sehr schön. Und dann war ich das noch. Da hast du dir natürlich noch einiges vorgenommen, ne? Ja. Aber wir gehen auch Skifahren, ne? Und mit dem Mund nicht spazieren. Und mit dem Mund nicht spazieren. Und mit dem Mund nicht spazieren. Wo sind sie jetzt? Dexi, zeig mal wie schön du laufen kannst. Komm, Junge. Wuhu. Wuhu. Komm, Dex. Jesse. Komm, fein. Bravo. Und dann alles mit drei Beinen. Ja. Maddox, was sagst du? Kleiner Stinker? Ja, ja. Ja, zu dir spielen. Spielen. Vulkanische Prozesse konzentrierten das Kupfererz an diesem Ort. Aber durch das einzigartige Klima blieb es in der Wüste enthalten. So. Ha? Dexi. Metti. Von der Seite sieht man gar nichts. Da ist er unser alter Hund. Nur von der Seite. Hat man einen freien Blick. Naja. Er ist auf jeden Fall noch ein Junge. Nein, nein, nein. Hm? Socken. Dex. Geht ihr Sträßchen? Wir fügt fein. Geht ihr Sträßchen? Wo ist er da? Gehst du mit? Gehst du mit Gassi? Oh, Dex hat schon was. Gehst du mit Gassi? Ja. Komm. Auf. Komm Kämpfer. Komm. Jawohl. Komm Schatz. Das Licht hat die letzte Wochen. Au. Jetzt. Schöneier. Meinst du, wir sollen heute echt Skifahren gehen? Oh. Oh. Ich glaube nicht. Oh. Hast du das gesehen? Hey. Das ist nicht mein Tag. Komm. Lauf Dex. Komm Dex. Oh mein Stab. Oh. Mein Po. Ja. Komm Jungs. Auf. Schöne. So. Mama, deine Schuhe sind so aus wie Dex. So. Das habe ich heute zum Hundpassen angezogen. So. Das habe ich heute zum Glück효chen GU mä benutzen. Bis zum nächsten Mal. Meinst du geht nur mitivert. Ich setze off. Ich versuche ihn immer zu sparen. Es ist Angel Pu vain. Ich habe ja auch noch probiert. Ja Leute, der Skitag ist vorbei, die Sonne geht unter, jetzt kommt so ein bisschen die blaue Stunde, der Braten ist schon im Ofen, heute geht es noch ein bisschen weiter bei den Geissens, aber der Tag war natürlich heute mega, in die Richtung sieht das scheiße aus, in die Richtung perfekt und wir gehen davon aus, dass wir morgen wieder einen Kaisertag haben. Ciao, ciao! Wollen, gewollt haben würden, Robert, bring mich doch nicht auseinander, dann können Sie uns hier abonnieren und hier direkt unser nächstes Video sehen, ich bring dich auch nicht auseinander, doch, du bringst mich nicht auseinander, du bringst mich durcheinander, aus dem Konzept, also wenn ihr mehr sehen wollt von unserem Blödsinn, was sagt Carmen, dann könnt ihr hier auf jeden Fall abonnieren und dort schon unser Video sehen, da geht es los.